Bundesminister für Wirtschaftswissenschaften Robert Habeck möchte teure Wärmepumpen mit viel Steuergeldern erzwingen von Jan Schäfer Millionen von Deutschen müssen sich auf dieses Versprechen verlassen. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck möchte die Installation von Wärmepumpen massiv fördern. Das Versprechen, sagte Habeck, eine Wärmepumpe kostet derzeit bis zu 25.000 Euro, eine Gasheizung von rund 7.000 Euro. Mittel der Steuerzahler müsste dann bis zu 13.000 Euro pro Wärmepumpe verschließen. Dies gewährleistet die Frustration mit dem Koalitionspartner. Ich denke auch nicht daran, den Preis für Wärmepumpen auf das Niveau der Gasheizung zu drücken. Eine Heizung kostet rund 7.000 Euro, eine Wärmepumpe kann schnell 20.000 Euro betragen. Ganz zu schweigen von den Kosten für Renovierungsmaßnahmen, Gruppenleiter Christian Dürr zu Bild. Mir fehlt die Vorstellungskraft, wie dies finanziert werden sollte. Im Allgemeinen ist der Ansatz nicht gut durchdacht. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, eine bestimmte Technologie mit viel Steuergeldern erzwingen, als Wasserstoff, der viel billiger sein kann. Um zu kaufen und arbeiten. Anführungszeichen Anführungszeichen Anführungszeichen